Willkommen bei einem neuen Video und heute geht es um eine relativ neue Serie auf Netflix und zwar trägt die Serie den Namen Bodies. Und Bodies ist eine extrem starke kurze Miniserie die auch abgeschlossen ist. Das Ende wurde so gestaltet, dass es rein theoretisch weitergehen könnte, aber an sich ist abgeschlossen und ich glaube auch nicht, dass da noch was kommen wird. Zumindest hoffe ich, dass da nicht so kommen wird, weil ansonsten würde es einiges kaputt machen. Aber die Serie ist wirklich in sich schon abgeschlossen. Sehr, sehr, sehr krass. In dieser Serie geht es nämlich darum, dass im Prinzip in der modernen Zeit, also in diesem Jahr 2023, eine Leiche gefunden wird von der Inspektorin Hassan. Und diese Leiche ist nackt, in dem Fall in einer Gasse aufgefunden worden, in einer sehr merkwürdigen Position. Das Auge ist mit einer Kugel durchschossen worden und man fragt sich, was ist da genau passiert? Es gibt einen Verdächtigen, den verfolgt sie auch und erstmal versteht der Zuschauer noch nicht wirklich, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Aber später in der gleichen ersten Folge erfahren wir dann, dass die Zeit, in der wir uns gerade befinden, zurückgespult wird in das Jahr der 1940er, während des Krieges noch. Und auf einmal sehen wir einen ganz anderen Detektiv, der durch einen Zufall genau die gleiche Leiche an genau dem gleichen Ort, in genau dem gleichen Zustand und der gleichen Wunde vorfindet. Und man fragt sich als Zuschauer natürlich, okay, was ist da passiert? Wie kann das sein? Was geht hier überhaupt ab? Und bevor wir uns diese Frage wirklich beantworten können, geht's nochmal weiter zurück ins 19. Jahrhundert, als ein Detektiv von der damaligen Zeit die exakt gleiche Leiche am gleichen Ort etc. findet. Und man fragt sich als Zuschauer natürlich jetzt noch mehr, was ist hier eigentlich los? Und das ist so cool gemacht, muss ich sagen. Wir haben drei komplett verschiedene Charaktere, verschiedene Detektive, die alle andere Ziele haben. Und jeder hat so seine eigene Art und Weise, da ihr vorzugehen. Auch mit der Zeit abhängig sind auch alle anders drauf. Wir haben im 19. Jahrhundert den Hilling Head und in den 1940ern haben wir White Man. Und ich finde, das haben die wirklich, wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Man fragt sich über die gesamte Serie hinweg, was da genau passiert ist. Und nach und nach werden die Fragen beantwortet, aber es dauert schon sehr, sehr lange. Man bekommt so viel neuen Input mit rein, dass man sich erstmal fragt, okay, wie soll das zusammenhängen? Und warum macht die Person das? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber später im Nachhinein ergibt es Sinn. Die haben sich da wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Punkt mit ausgedacht, den sie mit reingebracht haben. Und ganz am Ende, nachdem wir diese drei Perspektiven gesehen haben, bevor die Folge zu Ende ist, gibt es eine kleine Art, einen kleinen Twist im Prinzip. Denn wir gehen in der Zeit plötzlich nach vorne. Und man denkt erst, okay, wir gehen wieder nach 2023. Aber dem ist nicht so. Wir gehen noch weiter in die Zukunft. Nach 2053. Und wir sehen, dass eine vierte Person, eine Detektive mit dem Namen Maplewood, der Zukunft die gleiche Leiche am gleichen Ort, in der gleichen Position, mit der gleichen Wunde findet. Und man ist komplett verwirrt. Also die erste Folge ist eigentlich eine perfekte Outfänger-Folge. Man weiß in dem Fall jetzt, was hier gerade der Stil ist. Es ist eine Mystery-Serie und man kann sie auch sehr, sehr viel freuen. Diese erste Folge ist eine wirklich perfekte Startfolge. Und es sind auch nicht zu viele Folgen. Es sind nur acht Episoden in, wie gesagt, einer Staffel. Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Und vor allem gegen Ende hin wird sehr viel Kleinzeugs erklärt. Man kann sich schon denken, es geht vor allem auch so um Zeitreisen. Aber wie das genau zusammenhängt mit allem anderen, ist wirklich grandios geklärt. Eine super Serie. Ich muss wirklich sagen, Netflix bringt in letzter Zeit nicht mehr viele gute Serie mit raus. Aber das ist wirklich eine dermaßen gute Serie gewesen. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut sie mir gefallen hat. Und ich muss wirklich sagen, das ist die beste neue Serie im ganzen Jahr 2023, wenn wir jetzt mal die beiden Walking Dead Spin-Offs mit wegrechnen. Aber von allen anderen Sachen, definitiv kommt nichts, auch nur Anja da dran. Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Was ich hier außerdem sehr, sehr gut finde, wir haben hier so den einen Charakter, der mehrfach drankommt in verschiedenen, ich sag mal Rollen. Und ich finde die Art und Weise, wie sie es geklärt haben, dass es Sinn ergibt, warum der in mehreren Rollen vorkommt, ist wirklich saugut gemacht. Es wurde von den Produzenten außerdem gesagt, dass sie es extra offen gelassen haben am Ende. Einen Teil zumindest, dass man weitermachen könnte. Aber dieser ganze Hauptschrank ist erledigt. Also da braucht man sich keine Sorge machen. Die Hauptstory ist erledigt und fertig. Nur ganz am Ende gibt es so ein kleines offenes Ende. Daher da nicht wundern. Ein weiterer Punkt, der mir da außerdem aufgefallen ist. Ich kenne niemanden dieser ganzen Schauspieler. Was ich sehr gut finde. Weil oft ist es so, dass man sich schon darauf freut, dass vielleicht bekannte Schauspieler mit dabei sind, die man von einem anderen Projekt kennt. Und da hat man auch gleich ein gutes Bild davon. Und wenn man aber niemanden davon kennt, hat man immer so eine schlechtere Meinung, bevor man mal wirklich damit gestartet hat. Aber hier hat wirklich jeder Schauspieler eine super Leistung abgeliefert. Ich möchte auch nicht zu viel spoilern und so in der Art. Natürlich nicht. Aber was ich wirklich grandios finde, dass jeder dieser ganzen Charaktere, dieser ganzen Daktive, die wir treffen, alle ihre eigenen Schwierigkeiten haben. Alle haben verschiedene Probleme zu bewältigen. Privat oder öffentlich. Und alle arbeiten an ihrem eigenen Problem, während sie gleichzeitig auch versuchen, dieses Mysterium aufzudecken. Und ich muss auch sagen, vor allem bei White Man in den 1940ern kommt halt dieses Piggy Blinders Feeling auch über. Das ist halt generell so cool. Also diese Art und Weise, wie sich die Leute anziehen, wie sie da drauf sind, wie die aussehen auch mit den Haaren, mit den Schnauzern. Es ist eine ganz andere Art und Weise. Es fühlt sich so klassisch an. Und ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan von solchen Stilen. Daher hat mir seine Storyline auch am besten gefallen. Auch weil der Charakter selber auch eigentlich so der coolste ist. Ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel der allererste Hillinghead, der aussieht wie der junge Dumbledore, auch eine coole Geschichte hatte. Und aber auch alle anderen beiden. Also alle vier hatten eine coole Storyline und alle haben auch irgendwas gemeinsam gehabt miteinander. Deshalb, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich muss sagen, vor allem, wie es am Ende gelöst wurde, ist es wirklich sehr, sehr, sehr gut gelöst. Es gab auch kein Plot-Tall. Ich meine, die einzige Frage, die man sich stellen könnte, wo startet es und wo endet es? Das ist halt immer dieses eine Mysterium bei Zeitreisen, auch bei alten Reisefilmen in dem Fall, wo man immer ein bisschen schwankt. Ich meine, manchmal kann man sich so überlegen, ergibt das jetzt wirklich Sinn? Kann es wirklich rein theoretisch so sein? Aber ich finde, die haben es sehr gut gelöst und deshalb würde ich sagen, schaut euch die Serie auf jeden Fall an. So viel mal dazu. Die Serie findet ihr, wie gesagt, auf Netflix selber. Guckt es euch auf jeden Fall an. Da würde ich mal sagen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Serie gehalten habt. Das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020